Der Stuhl, Dr. Iver. Danke. Wow! Aboh. Danke. Husch, husch. Wisst ihr, wenn man Kinder hat, stellt man fest, dass jedes Kind anders ist, ja? Ja. 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 Zum Beispiel, Minimi liebt Schokolade. Scotty nicht. Wieso? Ich mag Schokolade. Scotty nicht. Oh ja, kommt mir bekannt vor. Was muss ich dabei tun? Äh, hörst du wohl auf? Wie wär's mit was? Wie wär's mit was? Was? Wie wär's mit was? Ich weiß gar nicht. Wie wär's mit nicht? Also ehrlich, findest du das nicht? Wie wär's mit nicht, Ladies und Gentlemen? Scotty nicht. Dr. Iver, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, dass Sie uns Ihren Plan offenbaren. Ja, danke Nummer zwei. Ladies und Gentlemen, mein Plan ist, Scotty nicht. Oh, komm bitte. Du bist so ein Lammarsch. Minimi am Milchschokolade. Bien, 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 oui, bien. Scotty nicht. Oh. 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 Ja, das ist... Ja, das ist... Achso, wir wollen... Ja, das ist... Ja, das ist... Weißt du was? Das verursacht bei mir ernsthaft emotionale Schäden. Oh, ich weiß nicht. Wer bin ich? Bitte. Äh, weißt du was? Ich hatt gern etwas Schokolade. Hier, bitte.